Moin Leute, ich bin Nike von Beach Inspektor und wir sind heute im Südosten von Gran Canaria an der Bayer Philippe. Hinter mir seht ihr eine der kleinen Steinbuchten, von denen es hier ganz viele gibt. Sie eignen sich wunderbar zum Liegen und zum Entspannen. Doch gerade bei so einem Wetter ist das eigentliche Highlight hier die Windsurfschule. Hier könnt ihr entweder Material ausleihen oder, wenn ihr Anfänger seid, ganze Kurse buchen. Und nach getaner Arbeit könnt ihr dann im Strandrestaurant was Leckeres essen, trinken und den Abend schön entspannen.